Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Chief and Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in der Zaraleck-Höhle und dazu habe ich mir was rausgesucht auf den Punkt Erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir den Erfolg Uralte Steine von Zaraleck. Und dafür müssen wir insgesamt drei Steinchen anklicken. Den ersten habe ich schon hinter mir, Bindender Schwur heißt der. Und der ist einmal hier unten auf den Koordinaten 61, 71. Und wenn wir den einmal anklicken, dann müsste eigentlich hier genau so eine Tafel auf, wo wir uns einen kleinen Text durchlesen können. Und dementsprechend haben wir den hier einmal abgeagt. Ich zeige euch jetzt mal, wo sich das genau befindet. Also wir sind jetzt hier quasi bei der Statue und hier rechts davon liegt einfach der Stein rum. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir hier hinter mir Urgewalt liegen. Und hier befinden wir uns bei dem Turm in der Mitte auf den Koordinaten 47, 48. Und dort können wir das quasi einfach unten am Sockel looten. Ihr seht, da ist dieser zerstörte Turm und hier unten rechts dran liegt das. Das klicken wir einmal an. Und damit brauchen wir dann nur noch eins und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hin. Dann haben wir die letzte Tafel und zwar Anspruch auf Perfektion. Und diese Tafel befindet sich jetzt hier oben in dieser Festung auf den Koordinaten 43, 23. Und ja, die können wir jetzt noch anklicken. Und tadaaa! Dann haben wir dementsprechend auch das Achievement fertig und sind einmal durch. Falls ihr die anderen Tafel jetzt auch noch braucht, da gibt es ja in jedem Gebiet der Dracheninseln quasi eine Tafel. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Oder Tafeln besser gesagt, könnt ihr gerne reinschalten. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Teller, bis dahin, ciao!